Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Info-News. Ja, ich war ja vor kurzem beim Ost-Glanz-Trucker-Treffen in Thüringen. So, nun verschlägt es mich nach Österreich. Richtig, was mache ich da? Richtig, ich bin auf Ländle-Truckshow 2022, nämlich vom 17. bis 18. September, meine Damen und Herren. Richtig, da bin ich da. Am Samstag, am 17. bin ich vor Ort. Guck mir das mal an. Wer tut das veranstalten? Richtig, die Vögel-Transporte. Ich glaube, ich kenne wir alle, oder? Ja. Ich sage euch mal, wo das ungefähr ist. Adresse steht natürlich hier da. Ich packe euch diesen Link unten in die Beschreibung. Dann könnt ihr das selber mal gucken. Vielleicht ist es für den einen oder anderen nicht so weit. Er kann ja gerne kommen. Wir haben schon über 1000 Zusagen hier. Das ist Wahnsinn, ne? Also ich ziehe mal raus. Dann kann man hier eigentlich gut erkennen. Hier liegt München, da ist der Bodensee. Kann man gut erkennen, ne? Und hier unten, wo der Punkt ist, da ist, ist praktisch hier dieses Trucker-Treffen. Ist natürlich nicht um die Ecke. Für mich ist auch ein Stück zum Fahren. Ich habe auch wieder an die 300 Kilometer. Pi mal Daumen ungefähr. Ungefähr. Und ist egal. Ich will unbedingt dieses Jahr noch auf dem Trucker-Treffen. Und deshalb ziehe ich mir das natürlich rein und werde dann dort hinschlüsseln, mein Damen, meine Gehirn. Also das mal so zu dem. Dann wisst ihr schon mal, wo das ist. Wie schon gesagt, packt das rein. Es gibt zwei Tage, Laufzeit. Zwei Tage dauert das. Also Samstag und Sonntag. Und wir können uns hier mal ganz kurz schauen auf den Vögel-Transporter. Wer es nicht kennt, die haben nämlich hier unter Fotos, hier meine ich. Habe ich mir nicht geguckt. Hier. Das sind die Ländle-Truckshow von 2019. Ist schon natürlich ein paar Jahre her. Klar, Corona hat uns alle ein bisschen das ein bisschen genommen. Aber wie man hier sehen kann, da ist wieder alles vertreten. Richtig geile LKWs. Da gibt es auch so eine Modell-Schau. Da kannst du hier so gucken und tun und machen. Eine Hobel, immer leckeres was zu schnappelieren. Gibt es natürlich auch am Start. Und da ist richtig was geboten. Also richtig, richtig, richtig geil. Und was ganz cool ist, die haben oben in der Luft, ich kann mich hier sehen, oben in der Luft haben die so einen, mit einem Kran, haben die so einen coolen LKW-Hochkuh oben hier. Das sieht richtig geil aus. Also ich bin gespannt. Ich lasse mich sehr überraschen. Und freue mich schon tierisch auf dieses coole, coole Trager-Treffen. Sau stark. Bin gespannt. So, wenn einer von euch natürlich sagt, hey, da bin ich doch auch, dann selbstverständlich. Ihr könnt mich gerne wieder ansprechen. Wie auf dem Ostkland Trager-Treffen habe ich auch einige getroffen. Grüße gehen raus an den Brummifahrer zum Beispiel. Und natürlich an die anderen ganzen Reiselbanden. Ansonsten, wie schon gesagt, gerne ansprechen. Klar. Dann wisst ihr erstmal Bescheid. Am 17. bis 18. September. Dann auf der Ländle-Truckshow in Österreich. Wieder mal ein schönes Tag getreffen. Vor allen Dingen die Vögeltransporte kennt man. Sehr schöne LKWs haben die am Start. Da freue ich mich drauf. Gut, dann wisst ihr Bescheid. Wenn noch Fragen sind, einfach kommentieren. Ansonsten könnt ihr euch auch mal interessiert und Zusagen machen. Und dann könnt ihr mal gucken, was das in der Phase ist. Aber wie schon gesagt, es sind schon tausend Zusagen. Da geht richtig der Punk ab. In diesem Sinn wünsche ich euch was. Vielleicht sieht man sich auf dem Ländle-Truckshow 2022. In diesem Sinn macht's gut. Bis bald und adios. Bis bald. clim empezat. Bis bald.